Also, hallo, wie geht's dir? Ich werde eine Intro zu Himmel machen und komm zu mir zurück. So, was ist los? Was ist die Art? Ich kann mich in Deutsch und am Freitag habe ich gefragt, wann du willst einen Videoblog in Deutsch sehen oder wann ich einen Videoblog in Deutsch mache, so ich kann schauen, wie mein Deutsch ist. Und mein Deutsch ist jeden Tag ein bisschen besser. Ich kann Deutsch und ich arbeite in Deutsch, aber ich spreche nicht viel mit den Mitarbeitern. Aber es ist okay, es ist okay, die Leute sind sehr schön und alles. So, was hat heute passiert? Ich habe nach Arbeit gegangen, ich war in Arbeit gegangen und ich bin in Arbeit gegangen. Weißt du was? Kannst du Deutsch? Wenn du kannst Deutsch, bitte schreib etwas unter, hier unter. Sag mir etwas in Deutsch und wenn ich bin sehr gut Deutsch oder nicht sehr gut Deutsch gekonnt kann. Okay, so, was noch? Was noch? Was noch kann ich sagen? Dieser Wochenende, ja, am Freitag habe ich gefragt, wann du willst einen Videoblog in Deutsch. Und jemand hat gesagt, jemand ist nicht Deutsch, ist von Amerika, ist amerikanisch, hat gesagt, ja, du kannst um Montag. So, ich habe gedacht, du wirst ja in der nächsten Woche oder in drei oder zwei oder drei Monate, aber, 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 zwei Monate, in zwei Monaten, die Videoblog ist fertig. So, ich habe gesagt, wir werden nicht lustig, oder? Wie sagst du, wann du nicht lustig und nicht lachen und alles? Ich weiß nicht, wie sagst du das? Weil ich will nie das. Ich lache immer und ich bin immer in gutem Mut. Ah, das ist Englisch, Entschuldigung. Okay, so, das ist alles. Danke fürs sehen und danke fürs schauen mir. Ich weiß nicht, wie sagst du das? Und bitte schreib etwas in Deutsch und das wäre sehr cool. Und Entschuldigung für die Leute, dann kann ich mich verstanden, dann kann ich mich, ja, verstanden. Aber, hey, das ist, ich, ich kann ein bisschen Deutsch, nicht sehr gut Deutsch, aber ein bisschen Deutsch. So, ich werde ein Outro nach dem Unter machen und komm zu mir zurück und sage viel Spaß mit deinem Leben. Ich habe mit meiner. Tschüss!